Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Bisschen, gut gemacht! Da kann sie laut sein. Rek 최고! Das war Boll. Technik wird nicht spielen. Will ich? Will ich? Nein, bitte. Komm rein! Wir stehen aber auch noch fünfmal auf. Ja, ja, wir müssen schon den Ball nach vorne spielen. Das Problem ist, dass keiner kürzt. Wir laufen alle umgekehrt. Deswegen kriegt er auch den Ball nicht. Die stehen zumindest nach oben. Aber der Genalwald fehlt. Flach rein. Ja, ja, ja. Der ist doch ganz schlecht. Der ist viel besser. Ja, ja, ja. Der ist viel besser. Ja! Ein Hau mal ein! Ein Hau mal ein! Der hat doch mal den Schachtest direkt wieder am Abschluss. Ja! Ja, ja, ja. Ja! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der ist nicht fit. Der ist in Bewegung zu langsam. Der schießt aber ... Ja, auf der Art, da ist so viel Platz. Dann hat er auch so. Für den ersten Mal das schießen. Er hat er auf die Platt. Schießt, ne? Ja, 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 ja. Die Hände, die Hände sind ab! Hör dich doch! Das ist der 33er. Er hat eine gute Bewegung. 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 Er hat eine gute Bewegung.